So, dann fangen wir mal an. Ich wollte euch was über Auto-Layout erzählen. Auto-Layout ist ein neues Feature von iOS 6 als auch macOS Lion, glaube ich. Das hat Apple vor einem Jahr eingeführt und jetzt auf macOS X vor einem Jahr eingeführt. Und jetzt gibt es das auch für iOS 6. Na gut, schauen wir mal. Also, ich werde euch eine Einführung eben geben in Auto-Layout, dass diejenigen, die sich damit noch überhaupt nicht auseinandergesetzt haben, mal eine Idee kriegen, was das überhaupt kann. Danach will ich euch ein paar Beispiele zeigen. Und zwar will ich euch hauptsächlich Beispiele zeigen aus dem Bereich, die noch nicht unbedingt abgehandelt wurden von Apple in ihren Beispielen. Weil das ist das Problem. Zu Auto-Layout gibt es noch nicht viel Dokumentation und auch wenig Tutorials oder sowas, weil das praktisch erst ganz kurz gezeigt wurde, also bei der WWDC wurde es knapp gezeigt. Und es gibt nur drei Videos von der WWDC, die so ein paar Sachen eben zeigen, aber die decken auch nicht alles ab. Und ich habe mir jetzt eben überlegt, dass ich euch ein paar Sachen noch zeige, die ich noch herausgefunden habe. Das will ich auch schon mal vorab sagen. Ich habe viel Informationen aus dem Tutorial gekriegt, was man kaufen kann. Das ist ein E-Book von raywenderlich.com. Das kann ich sehr empfehlen. Das handelt alles ab, was neu in iOS 6 ist. Vorher gab es schon eins für iOS 5. Und das kostet so 50 Dollar. Und das kann ich wärmsten empfehlen. Da gehe ich dann nochmal drauf ein. Okay, also ich werde euch was zeigen über Lokalisierung. Einfacher geworden ist mit Auto-Layout. Dann will ich noch ein bisschen eingehen auf, wann man im Code Constraints noch besser anlegen kann, und was man dann noch für größere Flexibilitäten hat, als wenn man nur mit dem statischen vorgeht, was man sonst eben mit dem Interface-Bilder machen kann. Dann will ich euch nochmal zeigen, wie man jetzt ein Split-View auf iPhone lösen kann in der Master-Detail-Applikation. Das geht dann auch noch durch ein paar Beispiele durch. Ich werde eigentlich alles, was ich euch zeige, live coden, weil ich halte es auch ein bisschen für besser, wenn ihr richtig seht, wie der Code entsteht. Dann kann ich auch noch ein paar andere neue Tricks in X-Code zeigen, anstatt dass ich euch so fertigen Code zeige, da so reingepastet ist. Also ich habe dann selber immer das Problem, dass ich gar nicht dem folgen kann, was denn der Vortragende dann da macht, wenn er so schnell irgendwie so 10 Code-Zahlen hinbatzt. Gut, ich bin alt, ich bin langsam. Ich hoffe, dass ihr mir das nachtragt. Ja, und dann gibt es ja vielleicht noch ein paar Fragen, die wir noch bearbeiten können. Okay, achso, ich wollte nochmal kurz was zu mir sagen. Also ich entwickle seit 30 Jahren Software. Ich habe schon auf dem C64 und davor auf dem Pad angefangen zu entwickeln. Freunde von mir haben... Ich konnte mir nie die teuren Computer leisten. Freunde von mir hatten alle Apple IIs, ich habe sie total beneidet. Ich hatte nur so einen Lowly C64, die haben mich total belächelt. Dann gab es da das externe Floppy-Laufwerk für und ich habe nur gedacht, meine Güte, das ist so schrecklich langsam und die Apple II-Freunde, die hatten alle so richtig Top-Laufwerke, die waren direkt angeschlossen an den Rechner und alles ging schnell. Und dann habe ich gedacht, das muss man auch schneller hinkriegen können. Und dann habe ich tatsächlich dann das Floppy-Betriebssystem von C64, das Floppy-Laufwerk hatte damals noch einen eigenen Prozessor und alles habe ich dann reverse-ingeniert mit viel Disassembly-Lesen und so weiter und habe dann letztendlich auch das Floppy-Laufwerk ein bisschen schneller gekriegt. Das ist dann ganz gut angekommen. Und dann, das war so vor 30 Jahren, dann habe ich angefangen, okay, vielleicht kann ich da auch ein bisschen mehr draus machen und habe meine Schule abgebrochen, Abitur. Und seitdem verdiene ich ganz gut mit Software-Entwicklung, aber manchmal denke ich auch, vielleicht hätte ich noch ein bisschen mehr an der Schule noch lernen sollen. Na gut, so viel dazu. Gut, also, dann legen wir mal los. Also, wie schon gesagt, das Auto-Layout ist ein tolles Feature, was aber recht neu ist und wenn ihr noch iOS 6 unterstützen wollt oder sowas, dann, äh, iOS 5 unterstützen wollt, dann wird es ein bisschen, ja, dann könnt ihr euch das schenken. Auf der anderen Seite sind noch ein paar andere neue Features dazugekommen in iOS 6, die ich da auch noch ein bisschen mit einbette. Das sollte euch das schmackhaft machen. Gut, ähm, Vorteile von Auto-Layout sind, erst mal macht es Lokalisierung einfacher, weil man sich nicht mehr darum kümmern muss, dass wenn ihr Sachen nebeneinander habt und diese Sachen durch die Lokalisierung verschieden groß werden, dann müsst ihr euch nicht mehr selber darum kümmern, dass ihr für jede Lokalisierung die Positionen der Labels und der Buttons und so weiter anpasst und verschiebt, weil das jetzt eben alles dynamisch sich anpassen lässt. Das heißt, die Größe der Labels und der Buttons richtet sich nach dem eingefügten Text und die werden dann entsprechend größer oder kleiner. Entsprechend, äh, ebenso, sobald man irgendwelche Animationen bisher machen wollte oder irgendwie auch dynamische Layouts, bei denen sich irgendwas verändert, ein Button hinzu, also ein Control irgendwie eingefügt wird, musste man selber rechnen, die Frames anpassen und das ist alles sehr eklig. Der Code ist dann schwer lesbar und das wird halt auch alles einfacher dadurch. Und auch, ähm, unerwartete Bildschirmgrößen lassen sich damit eigentlich auch flexibler, äh, jetzt lösen. Also, schon allein, dass das iPhone 5 jetzt eine höhere Bildschirmauflösung hat und fast jedes Programm dafür angepasst werden musste, weil sich fast niemand darum gekümmert hatte, ähm, das Layout flexibel zu gestalten, auch mit springenden Stats. Aber woran fast niemand denkt, ist, dass allein auch schon bei einem bisherigen klassischen iPhone, äh, wenn ihr das senkrecht haltet und ihr kriegt einen Anruf rein und geht hinter die Applikation zurück oder ihr macht ein Tethering, dann wird die Statusbar doppelt so hoch und das bringt schon viele Programme mit ihrem, mit ihrem Layout durcheinander. Also, ich hab dann auch, äh, Programme gehabt, die sobald einfach nur die Statusbar doppelt so hoch wird durch ein Tethering, einfach der ganze, das ganze Layout einfach nur noch weiß wurde, weil sie völlig vergessen hatten, äh, irgendwo eine Variable Größe drin zu haben und so. Das erledigt sich, wenn ihr jetzt auf Auto-Layout rumsteigt, schon fast von selber, weil ihr gar nicht mehr leicht in diese Schwierigkeiten kommt. Ähm, Rotation wird dadurch auch einfacher. Äh, gut, jetzt machen wir mal die erste Demo, Coding-Demo. Ähm, ich werde euch mal zeigen, wie man auch mit der Lokalisierung da umgeht. Also, ich mach jetzt mal ein einfaches Beispiel. So, jetzt schimm ich da mein iPad raus mit meinen Notizen. Gut, dann schmeißen wir mal X-Code an hier. Gut. Dann machen wir mal Neues. dann können, ähm, ich hab bisher die, achso, jetzt machen wir eins noch und ein anderes. Also, erst mal eine Single-View-Application machen wir mal. Also, ich mach jetzt nur ganz billige Beispiele, dass man sieht, wie es vom Prinzip her geht. Na nun, was macht ihr denn da? So. Ähm, das nennen wir jetzt mal, Lokalisierung. Ähm, wir wollen, genau, nur für das iPhone reicht. Storyboards, ähm, lass ich mal weg. Damit ihr auch noch seht, wie das, äh, noch im iOS 5, wenn ihr keine Storyboards benutzt, abholen. Äh, arg lassen wir eh mal an. Gut, dann legen wir das mal hier ab. So, dann kann ich wahrscheinlich auf Vollbild gehen, das ist wahrscheinlich praktischer. Gut, also jetzt haben wir hier erstmal eine Nip. Und jetzt wollte ich da mal drei Buttons reintun, damit man mal so eine Idee kriegt, wie das denn dann funktionieren würde. Also, jetzt schieben wir hier mal einen Button rein. Und jetzt ist das sicherlich nicht ganz praxisnah, wir machen jetzt einfach mal einen Delete, einen Cancel und einen OK Button hin. Ähm, das ist zwar nicht der normale Stil, den man bei einer iOS abmacht, aber es geht ja jetzt auch nur ums Prinzip. Und, ähm, die Idee wäre, dass wir das eigentlich wie bei einem Layout bei Mac, äh, bei OS-Ten-Sorts halten. Ähm, machen wir mal einen Delete-Button hin. Na. Einer heißt Cancel. Und, ach Gott, ja, okay schon, damit er erstmal kurz ist. So, wenn man Texte eingibt, ähm, ach so, nur, dass man das hier gleich sieht, also per Standard werden neue Projekte immer mit Auto-Layout angeschaltet, sonst würde man sie bei existierenden Projekten einzeln anschalten pro NIP oder pro Storyboard und dann wird das Ganze, ähm, automatisch auf Auto-Layout umgebaut. Bei dem ist jetzt eben das Verhalten so, dass man bei jedem Objekt oder jedem View, der in einem Parent-View vorliegt, ähm, gibt man vor, in der Regel, wo er positioniert sein soll. Dabei kann man relative Koordinaten angeben, das macht er hier automatisch für uns, wenn man die an den Guides positioniert. In dem Fall hat der OK Button, den wir uns hier anschauen, hier drei Verbindungen, hier rechts eine und die kann man auch nochmal, wenn man den Button eben selektiert hat, kann man hier auch mal wechseln auf den View und da sieht man dann auch gleich die sogenannten Constraints und, ähm, wenn man über die hovert, dann sieht man auch, dass die da unten auch, ähm, äh, highlighted werden, dass man die das Feedback da kriegt. So, und hier geht es darum, ähm, der Button ist rechts angeheftet, er ist unten angeheftet und er ist links an den anderen Button angeheftet. Und, ähm, jetzt kann man die hier auch einzeln mal anschauen, dann kann ich hier Select and Edit machen und das ist jetzt der Constraint, der heißt, dass er eine Relation hat, die gleich ist, dummerweise wird hier in diesem rechten Paneel nicht angezeigt, um welche weiten Views es geht. Das muss man jetzt da aus dem Visuellen, äh, hier erkennen. Wie auch immer. Auf jeden Fall heißt es das praktisch in dem Fall, ähm, es eine, eine feste Abhängigkeit gibt mit einem Standard, mit einer Standardentfernung ähm, und die kann man auch abschalten, Standardentfernung, dann sieht man, dass das der konkrete Wert 20 ist. das ist praktisch der Standard, der eben auch durch die Guides normalerweise vorgeschlagen wird. Ähnlich ist dieser hier, einen Blick mal, den muss ich erst so anklicken, dann kann ich den hier anklicken, ne? So, jetzt habe ich den erwischt. Das ist der dazwischen, der hat auch einen Standardabstand zwischen den Views, das sind 8 Pixel. Gut, außerdem haben die beiden hier einen, das sieht man auch an dem, der hat auch ein Docking nach hier unten hin und der Delete-Button hat nach links ein Docking. So, und da sieht man das jetzt eben schon, dass das Docking eben dann auch bestimmt in welche Richtung der wächst. Während, wenn ich den OK-Button jetzt zum Beispiel zu einem Next-Button machen würde, dann würde auch der Cancel-Button nach links wandern, weil, ja, das ist ja wahrscheinlich logisch zu erklären, äh, logisch zu ersehen, warum die wie angedockt sind. So, jetzt geht's aber weiter. Wenn wir jetzt eine Lokalisierung machen, ähm, bei der wir zum Beispiel auf Deutsch gehen würden, dann mache ich jetzt erstmal, hoppla, achso, jetzt wollen wir das erstmal ein bisschen verschönern, weil der OK-Button da dann doch etwas, ähm, eng aussieht. ähm, jetzt gibt's hier unten, Controls, die gibt's aber auch hier oben im Menü, aber das haben wir jetzt eh nicht sichtbar, also hier unten gibt's diese kleinen Praxion-Controls und die sind Slice-Lining gedacht, mit denen man jetzt die Relationen auch einstellen kann mit den Constraints. Und was wir jetzt gerne hätten wäre, dass wir die gleichen, gleiche Größe haben, damit die nicht mehr so puppelig aussehen und, ähm, das Gleiche können wir auch nochmal für die beiden sagen, dass die auch gleich breit sein sollen. und jetzt sind die schön elegant gleich breit und wenn ich das mal kurz starte, ach so, dann dauert das jetzt ein bisschen, bis der geladen ist. Das geht auch schon mal schneller. Uh. Äh, warum fällt es auf der Landwitz? Ich glaube, wir hätten die anderen fünf User vorher ausloggen sollen. Jetzt kommt er langsam. Was könnte jetzt passieren? Spannend wird es. Also langsam werde ich aber... Vielleicht mal... Ah, okay. So, und wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf die Seite drehe, dann sehen wir auch, dass das eben automatisch angepasst wird, wenn wir auf die Seite... Also das ist schon mal so, wie wir das uns gedacht haben oder ich mir das gedacht habe. So, jetzt machen wir mal den nächsten Schritt. Ich wollte... Warte mal, warum habe ich denn jetzt hier... Ach, das ist noch ein alter View vom vorigen Projekt. Hey. Ach so. Warte mal, warum ist denn der hier noch offen? Wie wechsel ich jetzt auf den anderen? Jetzt halt natürlich... Ich glaube, die habe ich alle... Nein, die habe ich alle umkonfiguriert, weil ich nicht darauf gefasst war, dass hier so etwas passieren würde. Okay, machen wir das so. Gut, also, jetzt der nächste Schritt. Jetzt machen wir mal eine deutsche Übersetzung dazu, damit wir mal sehen, wie das geht. Also, weil das Interessante ist jetzt, da Autorea uns erleichtert, dass wir nicht mehr für jede Sprache ein eigenes Layout manuell anlegen müssen, gibt es dafür jetzt zur Hilfe von Apple die Base-Internationalisierung. Und das, wenn man das aktiviert, dann brauchen wir nur noch ein NIP-File und die anderen Files für die anderen Sprachen sind einfach nur noch Strings-Files, wie wir das sonst kennen von Lokalisierung und die werden dann da eingefügt, die Strings und alles läuft über das gleiche NIP-File. In dem Fall starten wir jetzt hier mal die Base-Initialisierung und jetzt, wenn ich euch nochmal das NIP-File anschaue, dann sehen wir irgendwo, nein, hier, sehen wir hier, dass es jetzt eine Base-Initialisierung gibt und das kleine Icon hier sagt uns auch, dass das das NIP-File ist, während die englische in dem Fall jetzt gar nicht explizit existiert. Aber die könnten wir jetzt auch noch dazu holen und dann sehen wir, dass das jetzt ein Localizable-Strings-File ist. Das können wir uns hier anschauen und da sehen wir unsere Strings. So, und auf die gleiche Weise können wir jetzt auch ein deutsches hinzufügen. Da fragt er uns noch, wo er anfangen soll, weil hätten wir schon eine andere Sprache, dann könnten wir jetzt auch zum Beispiel die Deutschen vom Spanischen oder sonst was kopieren. So, jetzt haben wir eine Deutsche dazu bekommen. Warte mal, habe ich da irgendwie aus Versehen irgendwas angeklickt? Ah ja, ich habe den aus Versehen angeklickt. Gut. Also, im Deutschen können wir die jetzt mal eben hier umbenennen in Abbrechen, nicht etwa Abbruch und löschen. So, dann nochmal eben sichern. Ach ja, oft sichern. Vor allem, schon ganz wichtig, allein wenn man nur die Base-Dingsbums anschaltet oder eine neue Sprache hinzutut, wenn man vorher nicht gesichert hat, dann legt er einem alles neu und leer an. Also, da fehlen noch so ein paar Synkrumulations-Features in Funktionen. So, jetzt haben wir hier unsere beiden Übersetzungen. Wir haben nur das eine Base-File und wenn ich jetzt den umständlichen Weg gehe, nämlich mal eben starte, dann kriege ich es natürlich jetzt hier erstmal wieder in Englisch. Dann stelle ich jetzt mal eben die die Sprache auf Deutsch schon. Hurra. So, nochmal starten. Das war jetzt noch ein Quitt, den wollen wir da nicht mehr. So, also einerseits sehen wir jetzt, dass es nicht mehr passt, andererseits sehen wir aber auch, dass es im Prinzip funktioniert. Er hat den einen Prinzip ist schon mal wichtig. So, jetzt ist es natürlich blöde, wenn man jetzt hin und her schalten müsste, das ist natürlich ein bisschen umständlich. Jetzt will ich euch mal zeigen, wie man das auch schneller testen kann, indem ich hoffentlich hier wieder zurückkomme. Gut, und zwar mache ich den da erstmal weg. Ich möchte hier gerne die Controls sehen. und zwar Achso, ne, den wollte ich ja gar nicht sehen. Ach mein, ich wollte den sehen, weil ich die Sprache So, hier habe ich doch die beiden Sprachfiles, die Nippfiles. Was ich jetzt machen kann ist, wobei ich sicher lieber erstmal vorher, und zwar in dem Fall die sicherste Methode ist immer mit Alt zu sichern. damit man Save All bekommt. Also Alt-Command-S, alles gesichert. So, und dann ziehe ich nämlich jetzt einfach die deutsche Sprache hier rein in das Nippfile und Fupp, kriege ich fort, die deutschen Texte eingesetzt. Dank müsst ihr an das Interface-Team schicken. Allerdings, wäre das ein Storyboard, geht das nicht. nicht. Aber ich zeige gleich noch, wie es anders auch noch geht. Aber das ist zum Beispiel schon mal sehr praktisch und hier seht ihr jetzt auch, dass ihr kein Undo habt. Hättet ihr das jetzt gemacht und hättet nicht auch noch ein englisches Strings-Pfeil erzeugt, dann könntet ihr das jetzt gar nicht wieder herstellen zum Testen. Zum Glück haben wir jetzt, war ich so schlau, das Englische auch noch anzulegen, deswegen kann ich auch wieder zurück aufs Englische. Das ist schon mal enorm praktisch. So, jetzt machen wir mal eins nach dem anderen. Was habe ich denn als erstes machen wollen? Ich sehe schon, die Zeit läuft dann schon davon. Okay, also wir haben kein Undo. Achso, in dem Fall hätte man das vergessen, deswegen habe ich gesagt, vorher sichern, hätte man natürlich auch Revert to Saved machen können in dem Fall. Das wäre dann natürlich auch gegangen, wenn man gesichert hätte. So. Jetzt machen wir zuerst noch eben die Lokalisierungsschwierigkeiten fertig. Also das mit den Buttons, dass das nicht passt, das machen wir danach. Jetzt möchte ich euch erst noch zeigen, was man sonst noch machen kann, wenn man nicht das Reindrängen machen kann, weil man Storyboard benutzt. Und zwar gibt es noch die Alternative, und da wird es dann ganz abenteuerlich. Hier haben wir ja von dem Nipfoyle oder dann auch vom Storyboard die Liste der lokalisierten Sprachen. Und hier kann man auch sagen, dass man doch diese Sprache lieber als Nipfoyle hätte. Und das geht auch bei den Storyboards. Da würde dann eben stehen, dass ihr ein Storyboard haben wollt. Wenn wir das machen, machen wir das mal für das Deutsche, dann will das konvertieren und nun können wir tatsächlich hier auf das Nipfoyle das Deutsche wechseln und sehen das hier auch wieder vor uns, wie wir uns das gedacht hatten. Jetzt könnten wir hier irgendwie zum Beispiel auch die, was weiß ich, hier auch die Texte sogar ändern. Das macht dann gleich alles kaputt. Das ist noch ein anderes Thema. Ich könnte das jetzt ändern und wenn ich jetzt wieder zurückschalte auf Localizable, ach so, und dazu unbedingt vorher nochmal sichern, weiß ja nie. Wieder auf Localizable wechseln, dann bietet einem wieder ein Convert an und jetzt haben wir hier unsere rückübersetzten Strings und tatsächlich mit dem geänderten Text drin. Das ist auch enorm praktisch, wenn ihr schon fertig seid, ihr habt die Version ausgeliefert und ihr kommt später dazu und habt neue Items in eurem String. Alle Leute, also alles, was man so findet im Web, so von wegen, ja, wie mache ich das denn, wenn ich jetzt meine Strings-Files erweitern muss später oder meine Nips erweitern muss. Bisher, da gibt es dann so Commandline-Tools, mit denen ihr praktisch eure Nipfiles, die Strings extrahieren könnt, blablabla, dann müsst ihr das stiffen und dann irgendwann könnt ihr das alles wieder reinmergen. Das geht eigentlich jetzt viel einfacher. In dem Fall baue ich hier in der Base das ein, das neue Label, gehe hier wieder auf die Nip, lasse das konvertieren und prompt habe ich das auch hier drin, sehe es, kann es übersetzen, was auch immer, Titel, und kann hinterher wieder zurückgehen. So kann ich sogar interaktiv praktisch meine Änderungen sehen, selbst wenn ich die Sprache, das Nipfile später erweitert habe und das ist echt praktisch und das habe ich erst durch Zufall gestern entdeckt, dass es überhaupt geht, da war ich auch überrascht. Gut, so, jetzt kümmern wir uns mal, achso, jetzt mache ich das hier noch wieder, genau, jetzt haben wir hier noch eben, wie das jetzt weitergeht mit den Constraints. Also, jetzt einfach die Sache, die, wir haben jetzt hier die drei Constraints und wenn wir das im Deutschen sehen, dann, achso, dann ist der jetzt ja zu breit. So, und jetzt geht es darum, wir wollen dem jetzt beibringen, was uns jetzt hier nicht passt ist, dass die beiden sich überlappen. Also bauen wir jetzt einen zusätzlichen Constraint ein, der sagt, ja, du darfst die schon alle gleich groß machen, aber ich möchte keine Überlappung, also selektieren wir die beiden, geben dem ein Vertical Spacing, also einen Abstand, den er, ja, ja, ist wahrscheinlich besser. Also, horizontales Spacing, danke, so, und der wird automatisch auch selektiert, das heißt, wenn ich jetzt hier in den Inspektor gehe, dann sehe ich, aha, der hat hier eine Konstante von minus 37 angelegt schon dafür. So, den werde ich jetzt ändern auf Standardabstand. Wenn ich das mache, dann stürzt es nicht ab. Na gut. Seid darauf gefasst, dass es abstürzen könnte. die Sache ist die, jetzt haben wir ihm beigebracht, wir haben ihm diese zusätzliche Regel gegeben, und das Schöne ist, das ist die Magie an dem ganzen Auto-Layout, das haben die ziemlich pfiffig hingekriegt von den Regeln. Wir bleiben jetzt ja im Deutschen. Oh, ja, und jetzt, haha, nächstes Problem. Ich hatte auch vorhin mal da eine Änderung gemacht und der zeichnet mir immer noch hier die alte Layout an mit dem Stopp-Text drin. Wie kommt denn das? Ich habe das doch längst geändert. Aha, das ist auch ganz tückisch. Da muss man nicht, jetzt legen nämlich im gebildeten Ordner dummerweise immer noch die Nip-Files rum, die er einmal erzeugt hatte für die deutsche Sprache und auch als ich gesagt habe, nee, ich will das wieder zurück zu einem Strings konvertieren, hat er nicht das Nip-File aus dem gebildeten Folder entfernt. Deswegen müssen wir einen Clean machen. Aber nicht nur das. Ein Clean reicht nicht. Wir werden außerdem noch die, ups, die ablöschen müssen. Also, wenn euch seltsame Sachen auffallen, was wahrscheinlich nur passiert, wenn ihr dieses hin und her macht, wollte ich das nicht gelöscht haben? Na, dieser Rechner ist heute etwas langsam. Ah, weil er, ah, weil er hier jetzt wahrscheinlich einen Crash gekriegt hat. Nee, der ist schon gestoppt. Ach, Leute. Dann starten wir den mal eben neu. Hallo. Also, die Idee ist auf jeden Fall, ihr müsst das Programm komplett löschen, sowohl im Bildordner als auch im Simulator. und dann erledigt sich das hoffentlich. Das dauert jetzt wieder ein bisschen. Gut, was kann ich hier schon mal in den nächsten Notizen lesen? Ach so, allgemein empfehle ich euch natürlich trotzdem. Ach so, genau. Dann beenden wir das jetzt nochmal. Probieren wir es nochmal mit dem Löschen. Bitte. Oh Gott. Okay, da gab es noch eine andere Möglichkeit hier. Es gab da irgendwie sowas wie rücksetzen, oder? Ganz links? Ah, danke. Zurücksetzen. Jetzt ist er natürlich dann wieder auf. Naja, ich meine, es muss ja passieren. vielleicht mache ich dann gleich mit dem nächsten Projekt weiter. Aber der ist jetzt voll am stallen hier. Der läuft nicht. Okay, sonst noch irgendwelche Ratschläge? Jetzt kriege ich nicht mal mehr. Na gut, dann müssen wir jetzt wohl killen. Na, warte mal. So, so. Ah, da war er. Oh. Okay, er wird schon geschafft haben. Wenn wir jetzt nochmal starten, dann klappt es ja vielleicht. Okay, so, jetzt ist er wieder auf Englisch. Jetzt muss ich nochmal eben wieder auf Deutsch umschalten und dann haben wir es. Hurra. Ja, da kriege ich dann Okay, wunderbar. Und immer noch. Seht ihr, wie schwierig das ist? Deswegen wollte ich euch die Sachen zeigen, damit ich euch hoffentlich, also jetzt mache ich hier nochmal einen Clean. wie bitte? Da steht Staub. Ja, äh, ach. Okay, danke. Okay, normalerweise wäre das aber so gewesen. Okay. Genau, in dem Fall, ups, in dem Fall hätte ich praktisch einmal, also sagen wir mal so, wenn da noch auf der Stopp drin gestanden wäre, was es immer noch tut. Ach so, nee, ähm, ich wollte den mal wieder rückgängig machen hier. So, nehmen wir mal an, das steht da noch so drin. Jetzt habe ich hier meine Korrekturen gemacht, dann kann ich auch einfach, da ich jetzt hier in der Base das Deutsche habe, kann ich jetzt hier auch das Deutsche wegschalten, dass das entfernt, mit Delete und es dann wieder anschalten und dann zieht das wieder aus der Base raus. Und damit habe ich jetzt hier wieder ein deutsches mit den aktuellen Strings drin. Okay. Das heißt, man kann eine ganze Menge mit diesen beiden, mit dem Schalter und mit dem Switch hier erreichen. So, jetzt zurück zu unserem Problem. Jetzt wollte ich euch eigentlich zeigen, das ist im Deutschen. so jetzt funktioniert und so nicht mehr funktioniert. Achso, einerseits, der Titel da soll natürlich nicht da unten stehen. Das ist so müde. Jetzt sind die Dinger viel zu breit geworden. Das liegt daran, dass der Constraint, den ich hier eingesetzt habe, der hier, komm schon da hin, der da, sagt, dass er immer die Standardgröße von 8 haben soll. Und das heißt einfach, dass zwischen dem Löschen und Abbrechen 8 sein soll und zwischen dem Okay und dem Abbrechen auch. Und damit muss sich das alles auseinanderziehen. Das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen aber, dass er mindestens so breit ist. Deswegen kann man hier sagen, er soll größer oder gleich 8 sein. Und dann übernimmt wieder die Buttons, die Kontrolle, die nämlich normalerweise sagen, ich will nur so breit sein, wie ich sein muss. Wenn wir das Titel ausprobieren und auf rechts wechseln, dann klappt das. Das heißt, man muss eine Menge rumprobieren, ausprobieren, was passiert, wie ihr seht. Und also der erste Ratschlag, wenn ihr euch noch nicht mit Auto-Layout beschäftigt habt, nehmt euch einen Tag oder zwei Zeit, das durchzuspielen. Und vor allem, wie gesagt, auch dieses Wenderlich-Tutorial ist da sehr hilfreich. Das sind ein paar hundert Seiten, wo das Schritt für Schritt fast alles durchgegangen wird. Okay, mal zurück. Das, wenn das jetzt aber noch, jetzt will ich das mal, ich nehme mal an, dass der Text noch größer wird. dann wird es trotzdem nicht mehr passen. Weil die Buttons einfach so groß sein, so breit sein wollen, wie sie wollen und das passt dann einfach nicht mehr alles rein. Mal eben. Achso, das wollte ich natürlich Wendern hier machen, damit man das auch gleich im Deutschen sieht. Achso, in dem Fall bricht das jetzt nicht auf, sondern die Strings werden jetzt abgeschnitten. Und jetzt kann man sich noch sagen, okay, aber eigentlich könnte zur Not der Löschen und der OK-Button schon noch ruhig schrumpfen. Es gibt jetzt hier zwei, also es gibt immer noch diesen geheimen Constraint, den man nicht unbedingt setzen muss, das ist der von den Buttons, die sagen einfach, ja, ich hätte gerne diese Größe. Und da gibt es sowohl eine, und die nennt man die Intrinsik-Größe. Das ist also weder die Größe des Frames noch die Größe des Draw Racks, sondern die Intrinsik-Größe, die sagt, okay, ich habe hier den Inhalt und der Inhalt soll optimal so dargestellt werden. Und das ist auch eine Funktion, die man abfragen kann, wie groß möchtest du sein. Und es gibt dazu auch Constraints, also Prioritäten letztendlich, die sagen, okay, der Button möchte so groß sein, aber wir wollen ja eigentlich dass die zum Beispiel alle gleich groß sind. Deswegen ist das nur eine Präferenz, wie groß der Button sein möchte. Und man kann jedem Constraint eine Priorität geben, die zwischen 1 und 1000 liegt, und 1000 ist die absolut höchste Priorität. Und bisher haben wir alle Prioritäten mit der maximalen Priorität gesetzt. Das heißt, wir haben gesagt, dass der Abstand dort zwischen 8 und da 20 sein soll. Aber die Constraints für die Intrinsic Size sind per Default anders gesetzt. Wenn wir hier den OK-Butt mal anschauen, dann sehen wir hier diese beiden Constraints, die immer praktisch fast jeder View hat. Und zwar das sind die Constraints, die sagen, wenn die optimale Größe, die Intrinsic Size, die, um die einzuhalten, geben wir eine Priorität. Und zwar in zwei Richtungen. Ob sie größer werden darf oder ob sie auch kleiner werden darf. Und das eine ist die Compression, dass sie nicht kleiner werden darf. Und hier heißt es zum Beispiel der Button darf nicht kleiner werden mit einer Priorität von 750. Die anderen Prioritäten, die wir gesetzt haben, hatten aber eine höhere Priorität, vor allem, dass sie alle gleich groß sein sollen. Die haben eine Priorität von 1000. Das sehen wir hier. Und jetzt ist der Trick in dem Fall, dass die, oder das Problem ist, dass praktisch die Priorität zu hoch ist, dass die alle gleich sein sollen. Wir wollen ja eigentlich erreichen, dass im schlimmsten Fall, wir wollen also verhindern, dass die Buttons komprimiert werden, dass sie abgeschnitten werden. Also müssen wir diese Priorität dass sie komprimiert werden, höher setzen als die, dass sie gleich groß sein sollen. Also, da wir sehen, dass die Buttons eine Priorität von 750 haben, dass sie nicht komprimiert werden, müssen wir diesen Gleichheitsdingern nur eine niedrige Priorität geben, also 749 oder einfach 700, geben wir denen mal, dem und dem. und nun überwiegt im schlimmsten Fall die, jetzt sehen wir, dass praktisch der breite Text die anderen schrumpfen lässt, während, wenn genug Platz ist, dann dürfen die jetzt plötzlich wieder größer werden. Das ist jetzt der nächste Schritt. jetzt ist die Gleichheitserfordernis immer noch größer als die Erfordernis, dass sie nicht zu groß werden. Und deswegen muss man eigentlich, wenn ich mich nicht versehen habe, die Constraints nochmal geringer machen, oder habe ich das jetzt durcheinander gebracht? Mal eben, probieren wir mal eben aus. Ich habe nämlich wirklich den Faden verloren. Die, ich probiere das mal eben aus, weil das geht nämlich jetzt wirklich, ich muss sagen, da habe ich meine Tizen verschlankt an der Stelle. Ah ja, jetzt ist es allerdings so, ah Mist, die habe ich so richtig gemacht. Entschuldigung, hat da jemand den Rat, was die Lösung ist? Nee, das macht keinen Unterschied. Alles zwischen 750 und 250 kommt aufs Gleiche hinaus. Also entweder muss es größer oder kleiner als 250 sein, wenn es das ist. Aber mal eben zusammenfassend, wir wollten, dass sie gleich groß sind. Wir wollten nicht, dass sie zu, wenn ich das hier mache, und dann auf den gehe, dann sind die jetzt, ach, warte mal, die sind sogar okay, Entschuldigung. Ach, ich bin ja aber auch im Schüssel. Genau, dann war das ja doch richtig, deswegen war ja so verwirrt. Gut, das heißt, wenn ich den Text wieder kleiner mache, also, dann sollten die Buttons auch endlich schlüssig liegen. Dann liegen sie hier richtig und hier richtig nach dem Bucher, gut, okay, mich selber verwirrt. So, damit sind wir bei dem mal durch, dann gehen wir jetzt mal wieder, aha, jetzt die Keynote auch weg, da kannst du wieder, oh Gott, dieser Rechner hat wenig Speicher, würde ich mal sagen. Da, gut, weiter, also jetzt nochmal zusammenfassend, wenn wir, also ganz einfache Regel, sobald ihr irgendwas habt, wo ihr irgendwelche Mindestabstände braucht, denkt daran, dass ihr diese Größer-Gleich-Formel mit einsetzt. Das wird andauernd kommen, das ist einfach nur was, was man sich vielleicht im Kopf behalten sollte, gleich am Anfang, wenn man das mal damit experimentiert. Jetzt wegen der Lokalisierung, genau, möglichst oft sichern, weil, wenn die nicht gesichert sind und ihr fügt eine neue Sprache hinzu, dann schmeißt er euch eventuell was weg, während euren Nips umschreibt. Und ich empfehle deswegen auch eben kein Default zu lassen, das heißt, sobald ihr mit Englisch startet und dann Deutsch dazufügt, dass ihr auch Englisch aktiviert, damit ihr praktisch immer ein Backup habt zwischen der Base und den Strings-Files, damit ihr da besser rumspielen könnt. Genau, und dann, wie ich gezeigt habe, das Umschaltung zwischen String und Nip-File ist hier noch praktisch zum Testen. Und, genau, und wenn es so komische Effekte gibt, wie in meinem Fall das eigentlich passiert wäre, dann denken, dass ihr ein Clean machen müsst, aber auch die ablöschen müsst, weil sich da dann noch eventuell alte Nip-Files drin verstecken. Gut, jetzt gehen wir zur nächsten Demo. Oh Gott, wir haben nur noch zehn Minuten, ach du Schreck. Ich will eigentlich ein paar andere Kleinigkeiten zeigen. Jetzt machen wir mal die zehn Minuten noch durch. Ich habe ein drittes Projekt, das ist noch ein bisschen aufwendiger, das werde ich euch dann nur zeigen, was es kann und ich habe das hochgeladen und da könnt ihr euch das dann auch anschauen. Gut, dann gehen wir jetzt mal, den beende ich jetzt, warum hat der denn verschiedene, so, dann können wir den mal beenden und dann so, neues Projekt. So, und zwar ist das auch wieder eine Single-View-Applikation. Worum geht es da um Constraints? Na gut. Ah, und ich wollte diesmal mit Storyboards hier haben wir ein Storyboard, letztendlich das Gleiche, das wird per Default jetzt schon immer auf die iPhone 5 Auflösung, die kann man aber hier umschalten auf iPhone 4 Auflösung, äh, Größe. So, und zwar, jetzt will ich euch zeigen, wie man im Code ein paar Sachen machen kann, die man sonst nicht mehr hinkriegt im normalen Fall, mit den Constraints Editor, und zwar, das erste, wir machen mal wieder ein paar Buttons, und zwar, den machen wir hier mal auf A, und jetzt möchte ich vier Buttons haben, nebeneinander, die, die möchte ich equidistant, also mit gleichem Abstand hinbekommen, also bei Buttons ist es jetzt nicht unbedingt so wichtig, aber irgendwann werde ich mal in den Fall kommen, was ihr normalerweise nämlich nur könnt, die Constraints, die ihr habt, ist immer rechts irgendwo anhaften, links irgendwo anhaften, oben unten anhaften, oder mittig, und zwar mittig immer im Superview, das heißt, wenn ihr vier Sachen verteilen wollt, dann habt ihr dafür kein Kriterium, weil ihr könnt nicht sagen, um einen Mittelpunkt zum Beispiel herum verteilen, jedenfalls nicht im Interface-Bilder. Das heißt, hier müsstet ihr jetzt auf jeden Fall Code anwenden, so, und was ich jetzt hier erstmal mache, ist, ich werde dafür sorgen, dass die, ich den Abstand zwischen denen, dass die jeweils hier einen Abstandshalter bekommen, also einen Abstand Contraint, Horizontal Spacing hier einmal, zwischen dem auch, und mein Ziel ist dann, dass ich diese Constraints so setze, dass die jeweils ein Drittel ihres Abstandes zwischen der Summe der Abstände verteilen, sodass ich praktisch sage, dass der hier weiter nach rechts soll, der soll weiter rechts von dem, und die letzte Lücke ergibt sich von selber, wenn ich die alle auf ein Drittel aufteile. So, damit ich jetzt diese Constraints gesetzt habe, muss ich die anderen Constraints, die die hier noch haben, wegmachen, weil die sich sonst ins Gehege kommen. Und zwar, der hat jetzt einen links, einen rechts, und noch, achso, das hier ist eine Baseline, die sagt, dass die alle auf der gleichen Höhe sein sollen, anhand ihrer Baseline, der ist da ein bisschen im Weg. So, der hat auch einen links, einen rechts, und diesen hier, Abstand zum Superview, den müssen wir löschen. Und der hat einen links, auch wieder einen rechts, ach ne, das ist die Baseline, umgeblick mal, ah, hier ist noch wieder einer, der weg muss. So, jetzt müsste es passen. Der hat links, rechts, das können wir auch nochmal hier kontrollieren, der hat nur vier, der hat sogar nur drei, der hat auch nur Leading, Bottom, genau, und der sollte rechts haften. Genau, so, das heißt, nee, eben nicht, weil dann würden die sich beißen. Weil dann würde ich das Problem kriegen, dass die, wenn die nicht exakt gleich sind, dann wird irgendwann das Constraint-System sagen, also hier passt irgendwas nicht, und dann gibt es blöde Fehlermeldungen. Und, gut, also, dann gehe ich jetzt mal in den View-Controller und es gibt jetzt, ach so, dann können wir auch mal eben hier ein bisschen überflüssigen Code entfernen, weil wir den nicht brauchen. So, und jetzt geht es los. Jetzt zeichnen wir nämlich gleich ein paar andere Tricks. Ich gehe jetzt mal auf den Assistant Editor, den ich früher überhaupt nie sinnvoll empfunden habe, aber mittlerweile, ich wollte das eigentlich so herum machen. Du gehst da auch noch weg. Nein, die Richtung, die ist weg. Also, ich möchte hier mal wieder auf den, so, Implementation. Das Erste ist, was jetzt auch in iOS 6 beziehungsweise in Xcode 545 neu ist, also erstmal dadurch, dass wir arg verwenden, brauchen wir eigentlich keine Properties mehr unbedingt. Properties sind zwar immer noch stilistisch sinnvoll, aber wir müssen nicht mehr Properties verwenden, weil wir keine Setter mehr brauchen. Setter hat man ja früher gebraucht, weil ein Setter auch immer, wenn es ein Objekt war, das alte Objekt freigegeben hat, wenn das existierte. Und auch geguckt hat, wie die neue Zuweisung die gleiche ist, dass dann erst gar nicht zugewiesen wird. Da wir jetzt mit arg dieses Problem ja nicht mehr haben, können wir auch einfach in IVAs wieder benutzen und die einfach zuweisen. Und wenn die vorher einen Wert hatten, dann wird der halt automatisch freigegeben, weil sich das arg drum kümmert. Deswegen können wir, wenn wir Properties nicht mögen, wie ich, jedenfalls lokal nicht, weil sie doch wieder extra Quote sind, können wir jetzt auch alles wieder mit IVAs machen, wenn wir lokal haben. Natürlich will man Properties haben, sobald man weiß, man will sie irgendwann auch überschreiben können oder sobald public, will man natürlich, also alles, was exportiert wird, sollte natürlich trotzdem in Properties stehen. Aber, was ich jetzt zeigen will, ist, wir brauchen Zugriff auf diese beiden Constraints, die hier sind. Den zeigt er auch hier an. Und was wir jetzt machen können, ist, Kontrolltaste festhalten und dann erst anfangen zu ziehen, ziehen, und das ist jetzt der, ich nenne es jetzt einfach mal Gap, also Lücke zwischen 1 und 2. Poff. Und schon hat er einem hier ein IB-Outlet eingefügt. Das gleiche machen wir für den anderen nochmal. Das ist der hier. Das ist schon mal enorm praktisch. Hoffe ich, dass sie mir dazu stimmt. Gut, das nächste ist, und wie ihr seht, sind jetzt hier auch diese komischen kleinen Dots hier verbunden. Und er zeigt ihm die sogar unten auch noch an, welche das sind. Das ist wirklich sehr, sehr schön geworden. So, es geht jetzt um den View. Und das ist zum Beispiel eine von den Sachen, die noch nirgends steht, weil sie noch nicht dokumentiert ist, so richtig. Es geht jetzt darum, dass wir DitLayoutSubviews überschreiben müssen. Das ist die gute alte Funktion, die aufgerufen wird, nachdem das Auto-Layout ausgeführt wurde. Und wir möchten das Auto-Layout im Nachhinein nochmal korrigieren. Und dazu machen wir jetzt was. Genau, jetzt haben wir nämlich kein Copy and Paste hier, um den Code mal eben reinzuschreiben. Das hole ich mir mal ganz kurz aus meinem, Moment, ach so, machen wir das denn. Ich hole mir da mal eben einen Code raus. Das ist zwar etwas cheap, aber, weil wir so wenig Zeit haben. Nein, 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 nein. Oh nein, hey. Oh Gott. Entschuldigung. Also, das war der hier. So, einerseits habe ich mir hier immer kleine Hilfsfunktionen gemacht. Die wollte ich haben, weil ich will die Abstände zwischen den Buttons berechnen. Ich will praktisch den Abstand zwischen dem ersten, zweiten, zwischen dem zweiten, dritten, dritten, vierten haben. Und da kann ich nicht auf die Frames zugreifen, weil die Frames eventuell nicht genau die richtige Größe sind, die die Constraints benutzen. Die Constraints, das Constraints-System benutzt die, wie heißt sie doch gleich noch, die Alignment Rects. Die Alignment Rects sind die, die das System benutzen, das Constraints-System und die müssen wir uns holen. Und ich habe hier zwei Hilfsfunktionen gemacht, die von einem View sich jeweils das Alignment Rect holen und mir davon den Left und Right geben. Letztendlich, damit ich hier den Code etwas übersichtlicher schreiben kann. So. Und die Idee ist dann, dass ich jetzt die Lücke berechne, indem ich Left von B2 nach B1 genau, also diese Abstände. Und genau, B1, B2, B3, B4 sind noch gar nicht definiert, die hole ich mir ja auch noch schnell rein. Das sind die hier. Also wieder Control festhalten, auf den Button klicken, wupp, hier nehmen wir jetzt B1 und das gleiche noch schnell für die anderen. B2, B3 und oh, jetzt haben wir es auch schon Zeit um. Hallo. Ah, da habe ich wieder den Constraint erwischt und nicht den Button. B4. Toll. So. Und damit werden die jetzt hier gesetzt und dann setze ich die beiden, ach, da habe ich sie Space genannt, da habe ich sie Gap genannt, okay. Also. Und hier setze ich jetzt die sogenannte Konstante, das ist praktisch der Wert, den ein, wenn wir uns hier irgend so einen angucken, so einen Constraint, dann ist die Konstante dieser Wert, dieser Abstand und den kann man auch ändern. Es gibt Prioritäten, es gibt noch einen Multiplikator auch noch in einem Constraint, die sind alle wirklich konstant, das heißt, die kann man nicht ändern, also die sind read-only. Aber die Konstante ist read-right und die kann man ändern jederzeit. Und wenn man das gemacht hat, dann bin ich, glaube ich, schon fertig. Starten wir mal, was passiert. Und wir kriegen einen Crash. Und zwar, weil, das sagt er hier jetzt ganz schön, also das müsst ihr nicht mal aufschreiben, das werden wir sofort merken, letztendlich sagt er, dass er in der Viewed Layout Subviews nicht fertig war. Das heißt, obwohl er eigentlich meinte, er wäre fertig mit dem Layouten, sieht er am Ende, oh, das Layout ist nicht fertig, weil wir es nämlich gerade nochmal verändert haben. Deswegen müssen wir, wie ihr hier auch schön vorschlagt, Layouts Subviews nochmal aufrufen. Das ist auch schon alles. Wir kommen jetzt hier zu meinem, so, nein, ach Gott, geh weg. Nein, andere Richtung. Na gut, das reicht. Ne, das ist so wieder das Falsche. Okay, das machen wir jetzt anders. Och, Menno, das kann doch nicht sein. Naja, irgendwie finde ich da schon wieder hin. So, gut, also, muss ich hier noch einen, holla, ne, oh Gott, ich kann nicht mehr tippen. Warum kriege ich denn hier keine eckige Klammer auf? Nein, bitte. So, Self-View-Layout-Subviews. Und tata, jetzt sind sie gleich verteilt. Und auch da. Okay, jetzt machen wir mal einen kleinen Schnelldurchlauf, damit ich euch einfach nur noch die fertigen Projekte zeige und dann wisst ihr, was da, was ich euch dann noch zeigen könnte, hätte können. Und zwar, ich glaube, das war noch, ach so, die sollte ich vielleicht mal, die Demo 1, die Demo, das ist die, da habe ich nämlich noch zwei andere Sachen drin, schauen wir mal eben, was da passiert. Ich wollte euch nämlich, die anderen Möglichkeiten sind die, im Interface-Bilder, ah ja, hier, im Interface-Bilder kann man nicht-Constraints setzen, die nicht aneinander irgendwie docken. In diesem Fall zum Beispiel, dieses gelbe Dreieck hier, wo ich einen Tab-Klick drauf gemacht habe, das reagiert, da wollte ich, das zeige ich euch im Code, wenn ich den Code finde, meine Güte, das macht man jeden Tag, aber dann steht man hier auf der Bühne und ist völlig blöd. Und zwar, es geht darum hier, die Box. Der Box gebe ich einen manuellen Constraint, den man nur im Code benutzen kann, bei der ich sage, dass deren Height equal zu deren Width ist. Und damit, und hier mit Multiplayer 0.8, und im Tab, wo der aufgelegt ist auf den, das ist ein Tap-Gesture, wenn der aufgerufen wird, da invertiere ich den Faktor nochmal und setze dann den gleichen Height-Constraint wieder, aber eben mit einem anderen Multiplayer. Das heißt, hier gibt es zwei Sachen. Erstens, ihr könnt beliebige Teile von Views in Verbindung setzen, in Constraints, in diesem Fall Höhe und Breite. Und wenn ihr zum Beispiel unbedingt wollt, dass die eben immer quadratisch sind, dann setzt ihr die halt Höhe gleich Breite mit einem Multiplayer von 1. Aber ihr könnt den Multiplayer auch ändern und könnt damit sagen, dass das Verhältnis eben 0.8 oder 1.2 sein soll. Und das ist genau das, was ihr hier im Simulator seht. Und jedes Mal, wenn ich draufklicke, dann ändere ich genau nur diesen Wert, also diesen Constraint. Ich tue immer den alten, entfernen, habe ich mir gemerkt, und dann setze ich wieder 9 und so kann ich sehr schön, also auch Aspektratios erreichen. Ich muss nicht irgendwo neue Frames berechnen, ich muss auf nichts reagieren. Ich setze einfach unter den Constraint und sage ihnen, es soll 1 zu 1 oder sonst was sein und egal, wo es hinkommt, der hält sich dran. Also ich habe praktisch keinen Code dafür extra schreiben müssen, der aktiv darauf reagiert. Und das andere ist hier noch links und rechts, da wollte ich zeigen, dass, weil man, zum Beispiel, wenn ihr sowas habt, dass ihr praktisch links und rechts eine Spalte haben wollt, die soll jeweils um die Mitte herum gehen. Bisher musstet ihr dafür einen View machen, der mittig ist und in die dann wiederum die Dinger reinpflanzen, wenn das geht. Oder ihr müsstet einen View in die Mitte packen und dann sagen, okay, docke den einen an die eine Seite, den anderen an die andere Seite. Aber auch da kann man über Code das stattdessen lösen, indem man sagt, das ist hier der andere, das sind diese Constraints hier, wo ich sage, dass ich das Ende des einen Strings an die Mitte des Superviews binden will, mit einem Abstand von minus 8. Und das gleiche für den anderen, da tue ich das andere Ende andocken. Und dadurch kriege ich praktisch diesen Effekt, dass hier um die Mitte herum die sich gruppieren. Und das könnte ich auch im Interface-Bilder nicht machen, das kann ich immer mit diesen expliziten Constraints machen. Gut. Rühre ich damit auch schon auf, weil wir müssen jetzt wirklich fertig werden. Ich will euch nur noch einen anderen Trick zeigen. So wie ich im Storyboard Entschuldigung. Ich wollte im Storyboard. So wie ich im Storyboard Es geht jetzt hier nochmal um den Editor. So wie ich im Storyboard die Constraints hier oben die hier fängt es an. Achso, ich kann übrigens auch hier reinziehen. Dann macht er eine Property draus. Das heißt, wenn ihr lieber Properties weiterhin habt, könnt ihr es auch hier in den Interface-Bereich ziehen. Dann macht er eine Property draus. Wenn ihr es hier in die geklammerten unter Implementation zieht, macht er eine IWA draus. Das ist enorm praktisch. Aber was ihr auch machen könnt, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, jeden von denen, alles was hier in irgendein Action oder irgendwas auslösen kann, könnt ihr auch hier den Code reinziehen und dann macht er euch gleich den Action-Code dafür hin. Das ist auch enorm praktisch. Das sind alles Sachen, die einem, wo es jetzt mit dem Editor, mit diesem Assistant Editor mittlerweile tatsächlich Sinn macht, den zu benutzen. Vorher habe ich nie einen Sinn darin gesehen. Gut. Ich damit durch, jetzt zeige ich euch nur noch das letzte Projekt ganz schnell, damit ihr wisst, was ich euch da noch vorbereitet habe. Ups, oh ne, den musste ich jetzt nicht beenden. Ach komm. Und zwar, das müsste dann der Split View sein. Das ist eine alte Version. Ich habe eine neue hochgeladen, die hier wird noch crashen. Da habe ich noch einen Bug drin. Aber ich lasse ihn nicht crashen, weil ich weiß, wann es crasht. Okay. Und das ist die mit dem Split View. Da habe ich eine Menge. Da habe ich hier oben eine Table View. Und hier habe ich einen Splitter Control. Und sogar hier mit ein bisschen Animation. Wenn er zu klein wird, dann poppt er so runter. Und ich kann auch draufklecken. Dann animiert er hoch und runter. und das Ganze geht auch in dem View. Oh, das ist noch die alte Version. In der neuen Version tut er tatsächlich den Splitter dann stattdessen vertikal machen und er geht nach rechts raus. Wobei es da ein bisschen komisch aussieht, weil er dann immer rechts im Balken bleibt. Aber es ist ja auch nur eine Demo. Aber letztendlich geht es hier um zum Beispiel, dass das originale Demo war, wenn ihr ein neues Projekt anlegt mit Master Detail View, dann kriegt ihr die Table View und wenn ihr auf einen von denen klickt, dann geht er normalerweise, das passiert hier, wenn ich den zu mache, dann macht er das. Wenn er offen ist, tut er stattdessen hier unten anzeigen. Und das ist enorm einfach geworden mit Auto Layout. Und einen zweiten Feature, und dann bin ich wirklich hier fertig, das zweite Feature, was extrem wichtig ist, was eben neu dazu gekommen ist, sind Containers. Weil der Witz ist der, der Table View Control, der in diesem Startup benutzt wird, in diesem Startup-Projekt, da ist der Table View tatsächlich ein Table View Controller und nicht etwa ein normaler View Controller, in dem ihr dann die Table View Funktion alle manuell implementieren müsst. Das heißt, der Table View Controller nimmt einem so Sachen ab, wie dass man hier den Edit Button hat und dieses Delete hat. Das müsst ihr ja nicht selber programmieren. Damit ihr aber diese Features benutzen konntet bisher, musste der Table View Controller die ganzen Screen übernehmen. Und dadurch, dass man jetzt aber praktisch diese Container verwenden kann, könnt ihr den Table View Controller in einen Container reinpacken, der sich dann immer noch voll drum kümmert, aber ihr könnt trotzdem unten noch einen weiteren View drunter legen. Und das ist auch ein enormer Vorteil geworden. Okay, damit sind wir da fertig. Genau, und jetzt zeige ich euch nur noch eben, wenn ihr das Layout selber konfigurieren wollt, müsst ihr View Sublayout überschreiben. Das Alignment direkt müsst ihr euch extra holen, wenn es so was wie Buttons sind. Und ihr könnt, wie gesagt, Constraints machen, die normalerweise mit dem Interface Builder nicht nötig möglich sind. Genau, das Split View habe ich euch gerade vorgeführt. die Container Views solltet ihr auf jeden Fall anschauen, wie praktisch die sind. Ach so, was ich jetzt völlig übersehen habe, aber eigentlich solltet ihr immer, wie ich auch schon angesprochen habe, immer mal, das ist jetzt der Fall, wo er crashen kann. Dass ihr hier mal im Simulator Command T drückt, damit ihr oben diese Doppeltekeit bekommt, damit ihr seht, wie eure Views sich verhalten. Hier habe ich zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass er dann da nicht reinfällt und zurück zu Xcode genau, das Command T solltet ihr immer mal ausprobieren und dann gibt es noch einen ganz praktischen Trick, packt in eure View Did Appear und Did Rotate diesen Code rein, der letztendlich das Debug-System fragt, gibt es ein Ambiguous Layout und wenn ja, dann haut es in die Konsole rein, das ist enorm praktisch, weil da werdet ihr ganz schnell reinkommen. Oh, wir sind fertig, gut. Gut, und jetzt, das könnt ihr euch aufschreiben. FileTemple.org, Macoon12, da habe ich das Demo-Projekt und das andere ist Revenderlich.com Foto-Session Genau, und damit bin ich dann auch fertig und Augenblick, gibt es noch Fragen? Nein, habt ihr keine? Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus